Alltagskalamitäten Welche Art von Vogel meinen Sie? Jeder hat so seine Marotten. Die meisten sind harmlos und oft auf sympathische Weise belustigend für die Umgebung. Wie zum Beispiel die Macke, im leicht angetrunkenen Zustand sämtliche Freunde unentwegt zu umarmen und ihnen permanent zu versichern, wie gerne man sie doch habe. Ich hingegen habe die für mich äußerst lästige Angewohnheit, beim Einkaufen mit mir selbst zu sprechen, damit ich nichts vergesse, weil ich fast immer das Wichtigste nicht mitbringe und dann nochmal los muss. Sehr anstrengend, sehr unnötig. Und daher rede ich mit mir selbst im Supermarkt. Ich erläutere mir, was ich eigentlich wollte, was ich noch brauche, was noch fehlt. Entkalker, sagt die Frau an der Kasse bei Butny. Bitte? Sie wollten Entkalker für die Kaffeemaschine. Äh, das erwähnten sie jedenfalls, als sie vorhin den Laden betraten. Oh, äh, ja, danke sehr. Hm, Entkalker, darf ich nicht vergessen. Es ist so peinlich, zumal mir nie wirklich bewusst ist, wann ich es laut ausspreche und wann ich es nur denke. Also, denke ich gerade, was ich denke? Oder spreche ich es aus, dass ich hoffe, dass ich nur denke, was ich gerade denke, ohne es zu sagen? Wie bitte? Die alte Dame neben mir am Regal ist sichtlich irritiert. Verdammt! Äh, verdammt! Denkend, hoffentlich. Wenn mir das doch wenigstens nur zu Hause passierte. Dort könnte ich stets behaupten, ich hätte zur Katze gesprochen. Oder besser, ich habe mit dem Vogel geredet. Ja, ich sprach mit dem Vogel, weil ich ihm das Reden beizubringen versuche. Du hast überhaupt gar keinen Vogel. Habe ich wohl. Hast du nicht. Und ob, ich habe sehr wohl einen Vogel. Den sieht man aber nicht. Nicht wie die Katzen. Dieser Vogel ist imaginär. Oh, oh, jetzt habe ich schon eine zweite Stimme in meinen Gedanken. Eine Abspaltung. Welche Art von Vogel meinen Sie? Die alte Dame neben mir am Regal zieht die Stirn in tiefe Falten und begutachtet mich eingehend, forschend. Das wird nicht einfach. Nein, nein. Es bleibt sogar sehr schwierig. Musik 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 Vielen Dank.